und ihr seht auch schon ich habe anscheinend wieder nichts ja ich habe mir nämlich gedacht kaum machen wir kommen neue map weil die alte irgendwie nicht ganz mehr so geil ist bzw ich auch vieles einfach aus Versehen gelöscht habe und nicht mehr weiß was ich gelöscht habe und ich würde sagen wir fangen einfach noch mal neu an und sparen diesmal auf jeden fall so wen sie hat so hier mit ja ich weiß so kommt man hier hoch und runter so was wir jetzt machen ist ein wohngebiet dieses wohngebiet achten wir hier hin so kommen jetzt überall so welche dinge hin wenn wir das hier nämlich so verbinden das hier muss ein bisschen weiter so so und nein das soll gerade hier hin ja so ok perfekt haben wir nämlich das jetzt schon mal so wenn wir auch schon mal weiter machen wir später so jetzt brauchen wir erst mal strom ok hier kriege ich im wasser her das saubere wasser kriege ich dann hier her warte wo fließt das denn hin hier kommt das saubere wasser her ähnliches frisch wasser einer ganzen stadt ja so zack ja die einbitt hier keins so jetzt aber so gut abbrauch strom genau den strom dings mache ich auch direkt hier hin dann mache ich hier so nah dran eins zwei zwei reichen erstmal damit ich jetzt hier hinten strom haben muss ich das bis nach hier hinten bauen aber hier ist ja gar kein anschluss oder wie also warum funktioniert jetzt nicht über strom ist jetzt gut aber hier ist nichts angeschlossen ach so weil hier keine häuser sind deswegen naja woher erstmal die häuser hin hier kommen dann das blaue hin so genau perfekt hier auch noch grün hin so dann bauen die das jetzt hier erstmal kurz machen wir auch noch ein abwasserrohr das kommt hier hin so abwasserrohr ist damit auch da nur irgendwie wird hier nichts gebaut so ist auf stopp in diese aha jetzt werden die gebaut perfekt man dieses blöde planierraupendings die liga jetzt wäre das hier gebaut und dann kann ich das gleich mit dem strom verbinden das muss ich aber erstmal kurz warten bis hier alles gebaut wird so kann man das nämlich gleich mit dem strom verbinden so so keine jüde so genau jetzt werden die schon danach strom die kleinen hier aber dann kann ich hier mit so müssen die strom haben gleich ja geht weg perfekt so was ich jetzt erstmal machen ist kurz äh steuern auf kann ich noch nicht machen ah schade so hey so jetzt machen wir noch ein industriegebiet weil das brauchen wir nämlich auch das kommt hier hin so zack so zack 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 so ich brauch mal hier kurz hier kommt nämlich das blaue hin aber ich brauch hier mal kurz nee ah ja genau das hier so hier und hier so an dieses blöde B die ganze Zeit hier hier kommt dann noch Industrie hin so perfekt jetzt kann es weitergehen so aktuell sind hier noch keine eingezogen das ist so ein bisschen das Problem so hier werden jetzt schon Bürogebäude gebaut oh ja hier B B B so jetzt habe ich es geöffnet meine fresse ey die Gebäude werden auch gebaut perfekt aber warum zieht hier noch keiner ein es zieht hier noch keiner in meine Stadt ein das geht ja gar nicht ich mach auch minus 1000 ja Junge ich kann ja auch gerade gar nichts gewinnen wenn hier keiner einziehen lassen was für ein Rotz egal legen wir uns nicht drüber auf über dieses Spiel okay so hier werden nun wieder Häuser gebraut ja wir haben soweit eigentlich von hier Strom aber ich verbinde das hier gleich auch noch mit hier an dem so wenn jetzt hier auch mal einziehen würden dann wäre das auch nice was soll ich denn jetzt hier noch bauen ne kann ja nichts bauen rufen sie Info an sich über das Radialmenü auf um sich über Infos ja also Strom haben die Wasser haben sie ja Feuerwehr haben ja auch nicht freigeschaltet dann die auch nicht Völkerung gibt es keiner mehr von uns über Gebäudefaser und Bürger erhalten sie indem sie die anklicken okay wir sollen hier aber auch erstmal welche einziehen ja komm mach doch einfach Minus weiter ja ey ich raste hier ja schon wieder aus dieses Spiel macht mich schon wieder sehr aggressiv ah hier nix passiert ja was soll ich denn jetzt hier machen kann doch gar nix machen hä so hat das Kackding jetzt auch Strom schön warum hat das hier kein Wasser ich drehe hier gleich durch Junge jetzt ziehen doch hier welche ein meine Güte hier ist doch alles warum zieht hier kein Junge ich raste hier gleich aus warum zieht denn hier keiner ein so jetzt ist hier alles was sie wollen was haben die denn jetzt ja ich weiß dass hier keine Arbeiter sind weil hier auch keiner wohnt können jedes abgegrenzte Gebäude jetzt als historisches Kennzeichen umsagen ja schön interessiert mich nicht hallo jetzt zieht doch hier ein oh hier fährt ein Trecker rum ey ne Junge ich schließe gleich diese Spielung dann spielt es gar nicht mehr was soll ich hier denn jetzt hier ändern hier gibt es doch gar nix zum ändern hä hier zieht keiner ein ja schön okay okay mh 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 Ja, schön. Ey, hier kommt immer noch niemand. Boah, ey, ich rass sie ja gleich aus. Ey, ne, Leute, ich hab keinen Bock auf dieses Spiel, ne? Dieses Spiel spiele ich nie wieder. Passiert ja gar nix. Einzige, was hier die ganze Zeit passiert ist, dass ich im Minus gehe. Ne, komm, dieses Spiel spiele ich nicht mehr, es ist ein Schrottspiel. Schön, dass ich hier was freischalten kann. Interessiert mich nicht. Ich kann ja nix freischalten, oh, du Menschen. Na, ne, komm. Leute, wenn ihr euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Ich mach zu diesem Spiel hier nix mehr, weil es irgendwie nicht funktioniert. Ich hab gar keinen Bock mehr drauf. Ähm, ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Wie gesagt, schaut auch mal in meinen Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschankung verlinkt. Mach da die 300 Meter voll. Ähm, ja, wie die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Äh, tschau, tschau. Das war's. 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 Das war's.